Okay, dann starte ich hier. Ja hoffentlich und lad mich ein, Himmeldon. Ich meine Solo. Nicht das? Ja, ich mache Solo und ich gebe mir Mühe, dass wir einen Termin zusammenfinden und der Herr macht Solo. Ja, das bin ich halt von abends immer gewöhnt. Ja, danke, ja, ich weiß. Äh, es klappt halt auch immer so gut, ne, wenn man das, hä, wieso kommen denn jetzt hier andere Leute rein? Weil du in einer öffentlichen Session bist und du vermutlich nicht, ähm... Ne, ne, es ist keine öffentliche Session. Hä, was soll das? Schmeiss den weg, ja. Und ich habe Poundzone gekauft. Also heute wirklich, ist wirklich nicht gut. Vorher, ne. Das sind ja nur, nur 500 Dollar. Jetzt, äh, fangen Sie mal nicht an zu weinen. 500 Dollar hier, 500 Dollar da. Herr von Blume dies, Herr von Blume das. Wählen Sie Ihren... Also wir haben genug Gold in den Bumps drin, ja. Ja, das haben wir ja letztes Mal schon festgestellt, dass es nicht so ist. Dass wir irgendwas noch looten müssen. Nochmals, wir haben nicht genug in der Compound drin? Ja, in dem Compound selbst schon. Okay, darum geht's. Wir holen alles in der Compound. Wir müssen halt bloß an die anderen Verknödelungen da rankommen. Ja, wir müssen an die Karten rankommen. Genau, und an die Karten. Keykarts. Keykarts. Karten. Karten. Ganz kurz. Kurz. Ist doch Monte, oder? Mit dem Kurz. Du findest den Weg, ohne dass ich genau... Ich darf jetzt nicht über RP sprechen, oder wie? Du darfst über RP sprechen. Okay. Aber nicht über dieses spezielle RP. Ja. Fuss-RP. Das gibt's gar nicht, aber okay. Natürlich gibt's Fuss-RP. Das ist wie Lattenrost-RP. Konzentrier dich, wenn ich mal. Ja, ja. Du, sei mal still. Also, wo ist denn hier der Eingang? Der Hund? Hilfe! Bitte, Hilfe! Jetzt muss ich nochmal drücken, G, ne? Geh, ja, damit du Luft hast. Du bist im Weg. Nicht zwischen meine Beine hier. Was ist eigentlich? Und ich behaupte immer noch, es ist nicht schneller, wie du es machst, als wie ich es mache, da mit dem... Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Schaut doch nur, wie lange du brauchst. Guck mal, schon fertig. Das mach mir mal nach, mein Kleiner. Ich werde schon lange drehen. Nee. Du, wie lange, wie du da mal dann rumgejodelt hast, da? An dem Gerät. Ja, genieße. Hallo? Hallo, ja, ich bin da. So geht's. E drücken und warten. Es geht immer in Zeit. E und warten Sie. Ach, Nasenbär. Also, jetzt, weil wir ja zu zweizehnten Schlüssel brauchen, renne ich da noch ans Eck hoch und kill den... ...dödel da. Den da oben. Der hat schon mal nix. Der hat nix, okay. Jetzt können wir gleich durch. Du links, ich rechts. Nee, andersrum. Du rechts, ich... Ja, drei, zwei, eins, Puff. Auch nix. Na gut, zwei haben wir ja noch. Hier ist zum Beispiel Geld. In dem Bums-Shoppen hier. Sehe ich ja. Schlüssel unten. Okay. Ich kill den unten noch, hier, sobald er kommt. Ich geh hoch schon mal. Ja, ja, geh hoch. Ich hab's verpasst. Der hat ja auch nix. Okay, ich bleib hier unten am Ball, sozusagen. Ich muss jetzt einfach... Schau mal oben, die Sachen. Ja, im Tresor. Eben, Schlüssel von unten haben wir ja. So, der kommt jetzt zurück. Jetzt kann ich ihn killen. Der hat auch nix. Also, schon wieder Kacke eigentlich alles. Was ist das? Mhm. Das ist wirklich Kacke. Ich warte mal hier. Ich kill den noch, sobald er dort am richtigen Ort ist. So, jetzt. Er hat auch nix. Und jetzt kommt der Juggernaut. Jetzt muss ich warten, bis er da ums Eck gelaufen ist. Also, ich hoffe, er kommt jetzt schon ganz rum. Nee, der läuft wieder anders. Da sehe ich die Kamera nicht. Nee, wo ist denn hier diese Kamera? Ja, scheisse. Die Kamera hat mich gesehen, ja. Also. War eh scheisse jetzt von der Zeit. Also, nochmals das Ganze von vorne. Äh, enden müssen wir, ne? Ja. Und dann kannst du entweder losrennen zu deiner Korsatgang, wieder neu starten, oder du kannst auf den Einladungslink warten. Ach, das gibt's, oder was? Das gibt's, ja. Geht halt ne Zeit lang, bis es kommt. Geht ein paar Minuten. Mhm. Es war jetzt wieder frustrierend, eben. Es könnte auch der Juggernaut sein, aber da muss man warten, bis er an dem einen Ort vorbeikommt. Also, bis er an einem Ort vorbeikommt, wo man ihn killen kann. Und ich hab die Kamera nicht. Ich wusste, ich weiss, dass dort eine Kamera ist. Ich hab dort geschossen. Aber ich hab sie nicht gesehen. Ich konnte nicht auf sie schiessen, weißt du. Ich konnte sie nicht runterschiessen. Und dann bin ich in sie reingelaufen, was, äh, ja. Also, die Kamera muss runter, bevor ich dort den Juggernaut killen kann, auf jeden Fall. Sind wir jetzt wieder auf unterschiedlichen? Natürlich. Ich lade mich einfach zur Mission hin, sonst dauert das jetzt noch länger. Ich komme mal zu dir, weil es bringt da nichts. Nee, du brauchst mich. Bleib mal da, wo du bist. Ich bleib da, wo ich bin. Einfach ein bisschen Auto. Ja, wo habt ihr eingeladen? Kommt ihr jetzt ein Einladungslink oder bist du hingehorscht? Nee, nee, ich bin eingeladen. Okay. Bin da. Ja, du brauchst mich. Du hast so einen Schlafzimmerblick drauf bei deinem Jar. Ist das so? Das ist Absicht, ja. Das schaut einfach Lied. Das ist ein ganzer Lied. Ja, ja. Hät es faustdick hinter den Ohren, würde ich sagen. Meiner Meinung nach. Nicht nur hinter den Ohren, aber... Ja. Im Arsch auch. Im Arsch auch, weiss nicht. Oh mein Gott, schon wieder ein Video, was ich nicht benutzen kann. Meist das Geld dann, oder wie? Ich kann es nicht monetarisieren. Nein, Quatsch. Einfach rein da, wenn das jemand tatsächlich schauen würde. Was ist richtig? Ich habe mich, ich verschwimme mich, ich bin zu nahe an die Küste ran, mein Guter. Scheisse, ich komme nicht mehr zurück, ich komme nicht mehr ins Loch rein, jetzt bin ich wieder da. Ich habe mich, ich bin zu nahe an die Küste ran, mein Guter. So, ich überlasse dir jetzt die Kills, war wieder unhöflich da in deinem Spiel. Oh mein Gott, diese Bayern. Das ist von mir. Geh! Ja. Da war wohl nichts. Ja. 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 Wieder der Bumpsschlüssel. Kälerschlüssel? Ja. 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 Juss, nichts. Nichts. Ich gebe Versuch wieder mein Glöckchen. Warum sehen die mich? Ach, scheiße. Schon wieder. Da unten ist es auch okay. Hilft mir vielleicht beim nächsten Mal. Um da die Kamera zu treffen. Wir müssen den ersten Schlüssel haben. Sonst bringt es nichts, oben zu hacken oder unten rein zu gehen. Es bringt nichts. Das ist der Nachteil vom Duo. Die Korsatka ist schon wieder auf dem Land gespawnt. Ich habe einen Starnier. Ich habe einen Starnier. Weisst du noch, was da Starnier so ein beliebtes Fahrzeug war? Ja, aber auch nur auf Homestead. Ja, klar. Das ist immer, was da günstig war, oder? Ein Starnier, ein Starnier. Ein Starnier, ein Starnier. Ja, ach, dieses Auto-System auf Homestead-Wahn-Kluss. Also wirklich. Es ist doch auf jeden so, dass gewisse Modelle völlig überteuert sind und ich muss dann herausfinden, welches ist da vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut und das wollen dann alle und entsprechend sieht es dann auch aus auf der Strasse, weil alle Anfänger da haben den rostigen Jeep oder was auch immer dann das günstige Fahrzeug ist. Jetzt kann ich dieses versechste Fahrzeug wieder nicht rufen. Welches Fahrzeug? Korsatka? Ja, das geht nicht. Da ist ein Time-Out drauf. Du bist zu nahe, du musst weg von dort und dann kannst du wieder rufen. So, du kannst das jederzeit rufen, aber es gibt auch ein Time-Out drauf, der ist aber nicht so lange, aber du musst vor allem weg von dort, wo du bist, sonst sagt er einfach, ist ja schon in der Nähe. Jetzt. Karnil. Ach Mann. Er lebt mich doch am Karnil hier mal. Habt ihr im Discord gesehen, dass Roni im Urlaub ist? Ja. Oder war er. Naja, ich weiss nicht, ob der heute zurückfährt oder morgen. Aber er hat ja eine lange Fahrt vor sich. Mhm. Er macht mit dem eigenen Fahrzeug. Mhm. Er fährt mit seinem Schlachtschiff. Er hat so einen Skoda Superb. Skoda sagt mir was, aber ich kenn das Modell nicht. Also, es tönt jetzt nicht gerade edel, Skoda, aber wie du sagst Schlachtschiff. Skoda. Skoda. 3, 2, 1. Okay. Ich bin da, jetzt kann ich noch was trinken. Und dann verkack ich vielleicht die Mission nicht. Bitte reingeschissen. Bitte nicht reinscheissen, der Herr. Bitte nicht reinscheissen. Ja, aber wenn wir dort bei den Leuten, die wir schon killen, das sind ja ein paar, die Schlüssel nicht finden. Können wir eigentlich direkt abbrechen. Dann ist eigentlich schon mal schlecht, von wegen Elite wird dann eher schwierig. Ja. Schiss er da. Diese Gesichtsmasken, die aussehen hier wie Binden für äh, für Leute, die ins Höschen pissen im Alter. Windeln, wie Windeln, genau. Ähm, aber an der Stelle jetzt hier kann das Trolling beginnen, oder? Wie meinst du das Trolling? Das Trolling. Also RP Trolling jetzt. Versteh dich nicht. Jetzt ein bisschen trollen hier. Bisschen RP trollen. Wie, also wenn du RP spielen willst, können wir schon. Ich kann hier schon, äh, ja hallo Baby. Ja, spiel mal eine andere Rolle. Das kann ich ja nicht. Ich bin ja immer ich, also. Irgend so eine abgesexte Rolle wirst du doch wohl können. Eine abgesexte Rolle, das denk ich nicht. Sex. Das kann ich ja nicht. Da musst du zu meinem Onkel. Onkel. E-Eon. E-Eon. Na, will er jetzt mal losschwimmen oder nicht oder wie oder... Ich bin ein guter Schwimmer, ja. Aber ich hab wieder nicht dieses... Dings drauf gemacht. Dieses Atemgerät. Ja, wenn du schnell bist, dann kurz vorm Verrecken bist du durch den Tunnel durch. Geh. Geh. Immer geh. Und sag mir, wenn ich im Weg bin. Ne, ne, wir sind schon durch. So, jetzt setze ich das A-A-A-A-Stemmgerät auf. Das reicht ganz knapp, auch ohne, aber du bist kurz vorm Sterben. Aber wenn du dann oben ankommst, bist du wieder geheilt. Wie einträchtig neben ein Auto schwimmen. Jetzt müssen wir aber mal bisschen Glück haben, ne? Sonst mach ich aus, GTA wieder. Nein, dann machen wir nicht aus. Ne, dann kann mir GTA auch mal bisschen den Pi anblonen. An der Stelle einfach. Ne, ne, ne. Pimmelblonen, dann kannst du Pimmelblonen. Ne, ne, haben wir also richtig schön die Latte abspappen. Ja, jetzt hör auf hier! Was, das Video unbrauchbar, du Kleiner? Nee, das generiert jetzt erst recht, Klecks. Ich distanziere mich. So, 3, 2, 1, Piff, Paff, Puff, da ist die Karte. Pablo Nira, du. Warte, warte, warte. Komm, so ein Schwablonierer. So, jetzt haben wir immer Glück. Oh, jetzt setzt sie mich aber beinahe. Dann können wir, ach nee. Müssen wir trotzdem einmal hoch. Dann können wir unten rein, müssen wir einmal weniger hacken. Ja, ich geh unten rein und mach schon mal auf. Okay. Oben den Safe nicht vergessen. Komm, hacken mach ich auch schon. Ich weiss gar nicht, wie ich da runter komme, glaube ich. Runterspringen und dann nach rechts. Ja. Ja. Sagt er jetzt so leicht, der kleine Mann. Erster bin ich, hol dich dann, wenn es nicht fehlt. Jetzt muss ich mich konzentrieren hier. Hier ist offen. Ja. Hier unten haben wir jedenfalls ein Bild und ... Ja, ja, ich muss jetzt bloß erst mal wissen, wie ich da hinkomme. Also ich hole dich, warte. Ist kein Problem. Ich wüsste noch, dass man irgendwo runter muss. Ah, hier war das, genau. Oder? Nee. Weisse. Komm zu mir. Ja, da runter. Und jetzt zu mir. Komm, wir machen hier auf. Hinten ist schon offen. Nein, hier vorne müssen wir aufmachen. Hier. Moment, 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 jetzt. Und los. Ich sammle schon mal. Du kannst hinten da, äh, ja. Hauptbeute holen. Oh, scheisse. Nicht schiessen. Nicht schiessen machen. Du musst dann zuerst das Bild sammeln, das es da hat. Hat's da ein Bild? Naja, ein Bild ist da. So. Also meine Taschen sind voll, und... Du müsstest dann zuerst das Bild nehmen. Du müsstest dann zuerst das Bild nehmen. Ja. Das Bild zuerst, ja. Wir haben so recycelt hier. Von dem anderen Heist da, wie hieß der noch? Ja. Diese 10-FPS-Animation, wie er das Bild da rausnimmt. Also... Komm, hier, Gold. Und dann bist du immer noch nicht voll, oder? Glaub nicht, nein. Also ein Drittel und ein Halb. Ja, genau. Wir sind mir noch nicht voll. Also jetzt noch das Letzte. Siehst du auf der Map, wo es noch was hat? Naja, da, wo wir vorhin waren. Da war ja Geld. Wollen wir das holen, oder? Ist doch egal, oder? Ah, super. Bevor wir hier noch mehr Zeit verschwenden. Jetzt sind die ganzen Schwablonira bloß wieder da, ne? Hier rein müssten wir. Also, los geht's. Und los. Ich geh auch rein, dass man mich nicht sieht. Und wir gehen dann unten durch wieder raus. Also, so wie wir gekommen sind. Nein, der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Los oder weg oder was? Jetzt? Irgendwohin? Nein. Wir müssen halt wieder von Anfang an. Ausser, wir verzichten auf Elite und ballern uns durch. Ja, ich glaube der muss sterben da, der Typ. Ja, für einmal habe ich noch Zeit. Na, was noch? Sterben lassen. Wir müssen ja nur noch einmal. Und wenn wir jetzt nächstes Mal Pech haben, dann war es wieder nichts gewesen. Jetzt haben wir ja die Schlüssel, am nächsten Mal haben wir vielleicht die Schlüssel wieder nicht. Das lohnt sich halt nicht, auf Elite zu gehen. Also für einmal ja, aber danach eigentlich nicht wieder. Also wenn du es nicht beim ersten Mal machst. Weil für 100.000 fallen wir ja in 5 Minuten aus dem Arsch in dem Spiel. Ja es ist hier einfach, das Problem ist wirklich, wenn man so oft neu starten muss, rentiert es sich nicht. Also das Duo zu spielen, rentiert sich nicht. Ausser man macht es wirklich, man will es Back-to-Back machen, aber auch dann stellt sich mir die Frage, wenn man jetzt so lange immer wieder eben neu starten, neu starten, neu starten, Das ist auch Zeit, die rum geht. Da mache ich es lieber in einem Mal Solo durch und muss dann halt länger warten, bis ich es wieder spielen kann. Aber in der Zeit, wo ich warte, kann ich ja was anderes machen. Also mir erschliesst sich das jetzt auch nicht damit, eben weil es so schwierig ist, diese blöden Karten zu bekommen. Wenn man es nicht auf Elite macht, kann man natürlich sich beibringen, alle Gats zu killen und dann hat man die Schlüssel immer auf sicher. Das braucht ja dann auch wieder Zeit. Ich habe da mehr Geduld als du, wie ich merke. Ja, ich mag, dass ich nicht ständig da neu starten muss. Also nicht, dass dann gar keinen Spiel Spass mehr da hat. Ja, sonst können wir auch da einfach neu starten, da geht es schneller. Also weisst du, nicht hier ganz raus, sondern... Jetzt probieren wir es ja nochmal inordentlich. Dann ist ja einfach nur Elite verloren, aber... Ja, am nächsten Mal machen wir es so. Die Elite habe ich ja nur schon ein paar Mal gemacht. Also früher war das einfacher, oder? Also mit den Karten und so? Kann sein, früher war es auch einfacher, konntest du einfach alle umlegen und die wurden nicht entdeckt. Das ist das, was schwieriger wurde, oder? Dann bist du einfach, oh, Guard, umlegen, okay, erledigt. Solange die nicht vor einer Kamera lagen, was sie ja nie tun dort, war das kein Problem. Und jetzt ist das Problem, du kannst nicht so ohne weiteres killen. Weil die dann da so blöd entdeckt werden. Meistens vom Juggernaut. Also von der Arm-Guard. Weil der ja rumläuft überall und der ist da genau auf den Routen, wo die anderen stehen. Und wenn du dort jemanden killst, dann werden die entdeckt von ihm. Aber sie haben es schwieriger gemacht, das ist so. Sie haben gemerkt, dass es sehr viele spielen und dann wollten sie es unattraktiver machen. Geh nicht vergessen das. Geh nicht. ...on CCTV, to see you when you're there. Alright, see you in Magnus Road. Ah, Carl knew it. Jawohl, wir haben was wir brauchen. 2, 2, 1, los! Schlüssel, sehr gut. Schlüssel habe ich auch, wartet diesmal auf mich, dann sind wir glaube ich schneller. Ok. Einfach alles runter und hier wo der Tote liegt, dann links. Dann noch hier runter, ok. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Der erste ist durch. Der zweite ist durch. Es sind nur 2 hier, oder wie? Ja, oben wären es 4, hier sind es 2. Moment. Ja, und los! Jetzt nehme ich das Bild, weil das geht glaube ich länger. Ja, genau. Musik 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 Das ist ein bisschen was. Wenn du etwas sehen möchtest, hilf dir selbst nicht. Oh, jetzt müssen wir warten. Der oben, der oben, der oben, der oben. Jetzt, oder? Jetzt, ja. Jetzt müssen wir eigentlich warten, bis der hier wieder angekommen ist und dann wieder wegläuft. Sonst kommen wir da nicht rein. Nee, das brauchst du nicht machen. Warum? Ja, weil der sieht mich dann, wenn du da stehst. Wo bist du? Nee, da kannst du auch nicht stehen bleiben, weil da sieht dich der von oben. Du musst hierher zu mir kommen. Wir müssen jetzt warten, bis der da hinkommt und wieder abhaut. Welcher? Na, der hier. Der da. Der, der da jetzt kommt. Der. Mhm, okay. Warte mal. Weil das war ja der, der mich gesehen hat. Ja, warte mal. Ich kann den vielleicht. Aber dann sieht den der Juggernaut vielleicht. Nein, sollte nicht. Nicht dort, wo er jetzt steht, sondern wenn er ums Eck geht. Ja, jetzt. Okay, jetzt musst du schnell herkommen. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Und direkt reinstecken. Wir gehen wieder unten durch raus, okay, durch den Tunnel. Also so wie wir reingekommen sind, gehen wir jetzt wieder rein. Ja, voll. Ja, also komm. Los gucken, wen im oben. Ja. Wir rennen durch. Jetzt müssen wir kurz warten, schauen. Warten, 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 warten. Jetzt können wir kurz gucken. Jetzt können wir kurz dort warten. Äh, Wind, komm hier nicht hoch. Äh. Jetzt können wir. Jetzt können wir. Gut. Also Fahrzeuge hatten wir schon geübt, wie sie herumirren da die zwei. Ich gehe schon nach vorne. Mach du den links. Ja, ich sehe ihn gar nicht. Ja, hier vorne steht einer, direkt vor uns. Ja. Und die anderen beiden stehen da. Ich mache links, du rechts, ja. Ja, okay. Drei, zwei, eins. Rolf versagt. Ja, hat sich bewegt, die kleine Sau. Ja, wir haben uns eh schon entdeckt. Ach so? Ja. Wir machen so eine Elite. Komm runter und fertig. Wo hatten die uns denn entdeckt? Wahrscheinlich beim Schießen, keine Ahnung. Er war aus der Textkamm. War entdeckt. Du hast recht, wegen der 100.000 Egal. Oh Gott, sie hüten mich. Bist du im Wasser schon? Ja, ja, ich bin im Wasser. Tief runter. Na, scheisse Elite nicht, aber egal. Ja wäre ja schade, wenn du da die Panthersharte und dich abholst. Es war jetzt so lange, dass du das da... Es ist glaube ich... also wann kam denn der heisst raus? 2020 glaube ich. Ja ich glaube seitdem habe ich das. Ich glaube ich habe das nur einmal gemacht. 10.27 Zeit hätte gereicht. Ok aber bei mir hat er gesagt die Elite vollständig. Elite beendet, ja. Man darf sich entdecken lassen offenbar. Warte mal, ich muss mir mal ganz kurz eine Sprache hier anhören. Ja. Ja. Mach den gut bei dir. Dann war es ja doch Elite. Mit einer guten Zeit. Ich habe mir hier so ein neues Mädel angelacht schon wieder. Und die hat so einen fränkischen Akzent. Oh je. Das ist sehr schön. Die rollt das R so. Hm. Bränkisch. So warte mal, jetzt muss ich das zu Ende hören. Ja. 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 Ja.